willkommen zur live schaltung live schaltung es wird immer live geschaltet bis ein kunde kommt dann unterbreche ich meine kunden möchten natürlich jetzt nicht in dieser live schaltung mit dabei sein es ist die starbos story es ist starbos stammtisch es ist starbos die show in deutsch ich finde es ja toll dass viele die weder freund noch feind weder überhaupt die sendungen dann sehen und sofort den zu lang den zu cool also diejenigen welchen die immer was zu meckern haben für die mache ich natürlich die videofilme an sich nicht aber es freut mich aber persönlich deswegen mache ich heute diesen video für die meckerfreunde die immer meckern ja die über alles immer alles besser wissen alles besser können wenn man dann zu ihnen hingeht und guckt weder bei facebook wieder bei youtube haben die was so steige ich heute mal ein an die nörgler die alles zu lang das hier ist zu lang ich achte jetzt nicht drauf ist eine live schaltung sobald ein kunde kommt wird das wie gesagt unterbrochen worum geht es heute es geht immer noch um diese sogenannte starbos show die es nicht in deutsch gibt es gibt auch keine deutsche übersetzung von der original starbos story sendung die da zu sehen ist bei youtube 2018 macht disney gar nichts weder eine community oder sonstwas wird alles auf das jahr 2019 verlegt 2019 rappelt es richtig in der starbos kiste da geht es richtig zur sache so durch diese monitoring die ich jetzt hier habe ich vor mir und hinter mir mache ich ja dann sozusagen ja auch etwas und ich versuche es ein bisschen zu animieren er merkt schon was soll man überhaupt ich meine heute war wieder ganz viel also im moment ist sehr viel mit starbos also leer geräuberter kylo rain komplett 1 zu 1 ist weg kylo rain in 1 zu 30 und so weiter 12 inch und so 6 inch und so weiter sind alle weg und ich weiß schon gar nicht mehr was ich einkaufen heute sind die ganzen scarys gegangen vom bandai zum beispiel also wie gesagt rente tente sonderposten gibt es ja nicht sondern sammelposten wir haben sehr viele unikate hier auch hinten sieht man ja noch ein paar unikate die an der wand hängen wenn die weg sind sind die weg und wenn man versucht die irgendwie zu bekommen den künstler vielleicht anspricht oder so dann sind die preise plötzlich utopisch wir hatten eine kleine figur verkauft von lea in ihrem speziellen kostüm kostet jetzt 133 euro hat vorher 23 95 gekostet und davor 13 95 kostet jetzt aber 133 euro also können wir nicht nachkaufen die ganzen vintage sachen werden neu auferlegt halt 2 18er version dann aufdrückend oder 2 16 keine ahnung machen die ja dann hin und wieder aber in wirklichkeit gibt es die ja jetzt erst im april mai zu kaufen die neuen vintage sachen auf revan und wie die alle heißen die gesamten figuren wird es wieder geben so wir hatten natürlich figuren aus dem jahr 79 die heute horrendes geld kosten und auf eine art sind wir jetzt froh dass wir die natürlich verkauft haben ist klar wir sind händler wir sammeln nicht ich muss aber gestehen umso mehr ich jetzt hier so sitze und dann in die starbusch lounge hinein blicke ja wenn ich jetzt hier so in der starbusch lounge rein blicke und mir das angucke freut es mich schon wenn das dann weg ist fehlt zum beispiel kylo rain 1 zu 1 ist weg ray ist weg 1 zu 1 mit puppe also mit anziehpuppe ist weg ja sind weg also ob man sie jetzt mal neu kaufen soll eine neue plastikpuppe kaufen soll 1 zu 1 die neuen sachen aus amerika sich bei wicked armor zu bestellen auch so eine frage sollte man das überhaupt tun die sendung ist also live schaltung bedeutet ist eine spontanität also spontan vor die kamera man ist kräftig am arbeiten man hat ein bisschen pause oder kaffee pause dann nutzt man diese kamera um vielleicht so wie jetzt über das zu berichten was wir hier gerade bei facebook gesehen haben die letzte sendung war über star wars elite serienfiguren da hier die abhandlung zu sehen war über die elite serienfiguren was soll man jetzt über die elite serienfiguren einzeln sagen ich gehe davon aus nach 41 jahren star wars sollte man an sich die figuren kennen obwohl ich wurde heute wieder eines besseren belehrt jemand fragte mich aber ich habe noch nichts daraus gesehen womit fange ich eigentlich an ja ja womit fange ich eigentlich an ist ja ein riesen kompendium also wenn man in der hollywood schleife bleibt fängt man mit 1 an und schaut sich das irgendwie an und wenn man dann so ein bisschen abdriftet in rebels da muss man ihnen auch erklären dass es rebels gibt ja also denn der offizielle kanon aus hollywood der offizielle kanon der 79 gestartet war hier unter krieg der sterne einer der 100 prozent noch nie star wars gesehen hat ich sag mal am besten er fängt mit 1 an damit überhaupt weiß wer elegan ist wer leia ist und so weiter wer die überhaupt sind ja und wer die wer die ursprünge waren wo dann die geschichte des solo und des skywalkers begonnen haben ja also wenn man ehrlich ist ist eine familie familie solo familie skywalker ja die dann einen tisch sitzen mit ihren kindern und kindeskindern auf der einen art die kann man aber einem nicht erklären denn noch nie star wars gesehen hat da ist man aus sicherheitsgründen ruhig sagte also ich habe es jetzt ich war ruhig ich habe gesagt schau dir 1 2 und 3 an dann versuch noch ruge 1 dazwischen zu sehen damit mit der 4 besser klarkommst wir sind ja damals mit 4 5 und 6 gestartet und mussten uns den rest dann rückwärts denken und haben uns 99 dann an 1 erfreut ihr wisst schon also die karawane der ebooks und so die habe ich schon gar nicht ernannt die waren ja noch davor wie erklärt man einen der noch nie star wars ihr merkt schon ich weiß selber nicht wie würdet ihr denn jemanden erklären den in seinem ganz leben noch nicht star wars gesehen hat aber star wars sehen möchte wie schaut überhaupt derjenige star wars das ist schon so eine so eine sache also wie sieht einer star wars denn noch nie star wars gesehen hat jetzt will ich auch gar nicht auf die figuren eingehen über die figuren sprechen über die preise sprechen star wars ist in meiner in meiner sicht nach 41 jahren der börse geworden heute kostet die figuren 10er morgen kostet sie ein 20er übermorgen kostet 300 und dann kostet sie nur noch zwei also es gab ja mal einen riesen schock bei star wars in den 80ern wie plötzlich star wars figuren auf dem sondertisch auf einem rammtisch also total verramscht wurde ja hallöchen zwischen diesen cuts liegen immer minuten sogar stunden weil manche sachen wie gesagt nicht vor laufender kamera gedreht werden wie jetzt auch ich musste wieder ein cut machen so noch einmal ihr seid immer noch ein fanservice diesen fanservice der jetzt so ein bisschen mehr mit star wars zu tun hat wir bemühen uns alle für unsere kunden die wirklich sachen suchen gerade war einer der brauchte team und struppi guter besorgen jetzt team und struppi wir haben auch marsi polami haben wir da und wenn ich gleich wieder einen cut machen werde ich sicherlich die marsi polamis mal eben kurz vorstellen die schwarzen sind da und auch die gelben marsi polamis also das ist fanservice fanservice ich bin ein fan von etwas und bei uns gibt den service die sache hier vor ort zu bekommen wenn man nicht computermäßig unterwegs ist hatte hier gerade eine kundin die braucht loks hat mir erklärt dass sie sich die loks anschaut die loks dann weiterleitet an ihrem sohn und der sohn besorgt ihr dann die loks dann habe ich ihr erklärt wie sie loks selbst kaufen kann indem sie die anklickt dann in den warenkorb den warenkorb öffnet und danach nachschaut und dann die loks selbst bestellt zum beispiel für ihren mann natürlich die frau braucht keine loks selbst so das ist ein fanservice ich bin ein fan von loks sag ich mal ein fan von autos fan von star wars aber überwiegend deswegen steht hier unten drunter star wars überwiegend wollten wir besonders ich star wars machen also die sendung sollte an sich ja auch mit vielen anderen moderatoren gedreht werden es sollte so gemacht werden wie alle anderen aber wenn man immer alles selber macht wie alle anderen auch ist es langweilig deswegen wird es so gemacht so gemacht wird es schon seit 1995 und werden viel erfolg schon damit so die regulären sendungen die richtig gefahren werden hier bei rtl und sat 1 und pro 7 und so weiter und so fort die könnt ihr hier nicht sehen für youtube wird das nicht gedreht sondern nur das hier also nur das hier fanservice die sammelfiguren und so weiter die werden nur hier gezeigt bei genau facebook und bei youtube und wie gesagt das sind live drehs wo unterbrochen wird sobald ein kunde hier vorbei kommt nur wenn kunden da sind die schauspieler oder cosplayer oder leute die wirklich mitmachen wollen die dann ist sind sind sie natürlich hier bei und dann wieder auch woanders noch gedreht werden auch studios und so aber sonst nicht okay jetzt wird halt dieses fanservice mal vorgestellt wir reden uns über fanservice wir reden auch über figuren so aber heute will ich mal nicht über figuren reden facebook ist klar an sich ist doch alles klar facebook wie man damit umgeht ist klar youtube wie man damit umgeht ist klar an sich sollte computer klar sein wie man filme dreht wie man musik macht wie man aufzeichnet wie man schneidet sollte jetzt nach so vielen jahren auf eine art klar sein beim sonder sind wir in der wcv worum geht es beim fanservice über sprache leider treffen wir uns nicht mehr real leider schade eigentlich wir sprachen über 3d wir mögen 3d wir mögen mittlerweile star wars 3d der eine 2d egal was man mag der eine nicht der eine doch und so weiter online ist immer krieg online ist immer irgendetwas online ist immer nerd leider so und früher wie gesagt 75 79 aufwärts und so weiter war kein nerd da saß man man war um die 24 leute und man hat auf kleinen monitor etc man hat also star wars genossen damit haben wir angefangen und wie gesagt jetzt haben wir 2.18 ist ein bisschen ruhig jetzt warten wir auf e8 jetzt warten wir auf han solo und dann warten wir auf e9 so und ja schauen wir mal und wie gesagt einige figuren laufen halt schneller oder weniger schnell einige figuren wie gesagt kann man darüber philosophieren kann man es auch sein lassen ihr könnt unten drunter schreiben wie die sendung werden sollte diese sogenannte fanservice sendung ist eine sendung es gibt eine live schalte gibt auch eine richtige sendung ja da kann man richtig arbeiten mit mit allem drum und dran aber im moment noch nicht geplant einfach nur so diese live schaltung sobald ein kunde kommt ist aus deswegen weiß man manchmal nicht wie lange es am ende dann geworden ist weil neu geschnitten wird es nicht es bleibt so der schnitt ist ja da in dem moment wo ich aufstehen muss und die kamera verlasse ist ein schnitt da und in dem moment wo ich geschnitten habe ist dann halt cut und dann ist die sequenz zu ende und so ist es auch bei star wars natürlich könnte man specials machen mir ist auch aufgefallen aber bei star wars wird jetzt auch ganz anders gedreht ganz anders geschnitten bei 7 bei 8 ist mir das auch schon aufgefallen bei vogue one auch die anderen sind ja also in einem anderen schnitt gewesen also der fader zieht die andere mit wird hier nicht mehr gemacht mal drauf achten vier fünf und sechs schauen auch bei revels hat man es auch gemacht diesen schnitt zum beispiel umkehr dann hat man das andere bild mitgenommen und so weiter und ja ah ja supi so bei so einer live schaltung habe ich gerade beendet weil post gekommen ist amazon ist gekommen hin und wieder kommen sie ja mal pünktlich jetzt hätte ich auch einen box ich mache andere videos ich mache halt diese live step home videos da was ist denn da gekommen ihr seht ihr live wie es kommt ist wunderbar eingepackt also muss ich schon sagen also bei walt disney kann man sich bei walt disney kann man sich verlassen dass die ware ordentlich eingepackt ist ich habe mal wieder noch ein ren in elite bekommen wunderbar eingepackt seht ihr ja selber also walt disney verschickt die ware doch ordentlich auch wenn amazon sie dann ausliefert also ist ein original stück kylo ren so kylo ren halt in der version ja ich bin heute gefragt worden also ich bin da jetzt auch noch nicht schlau geworden drüber da die verpackung einmal so ausschaut und einmal so ausschaut ja ich unterbreche mal eben um zu sagen wie die andere ausschaut wurde also wie gesagt gefragt wieso schaut die jetzt so aus genau hingucken sie ist gräulich und das emblem oben von disney seht ihr das so und hier nennt sich das disney store so wer von euch weiß denn warum die hier in rot die in blau oder beziehungsweise grau wieso bei diesem emblem so das ist die version 2018 aus 2017 und diese version müsst ihr nachgucken wann die irgendwie raus habe ich jetzt auch nicht ich habe die ja jetzt einfach nur bestellt ich habe mir gar keinen kopf drum gemacht ja jedenfalls vollmetall sind ziemlich schwer ja wie gesagt warum ist er so verpackt und warum ist er so verpackt oder überhaupt rubewan sieht genauso aus rubewan ist ganz gräulich könnte ich jetzt auch mal eben stoppen dann genau ihr seht ihr hier seht ihr das ja so rubewan ist bläulich rubewan ist bläulich und hier oben disney store so jetzt ist disney oben links anders das emblem und gräulich das ist aus e8 das ist aus rubewan alle da alle figuren aus rubewan sind da sehen aber so aus und die aus e8 das ist aus e8 so musste man wieder unterbrechen hatte euch gerade die figuren da ein bisschen vorgeführt eine sendung nur über figuren könnt ihr bei youtube sehen wollte ja nur klicken irgendeiner wird euch schon eine figur zeigen wollte nur eingeben deluxe serie von disney und dann spricht einer kann sein dass er natürlich in englisch spricht weil es ein amerikaner ist ob ich es jetzt vorführen soll diese gesamten figuren die da mittlerweile angeboten werden ich schaue mich gerade um auf die new die da kommen soll ich habe es leider noch nicht angeboten bekommen amazon hat sie halt auch noch nicht ich könnte jetzt vintage die uralden von kenner bestellen ob ich die kundschaft dafür hätte weiß ich nicht die sendung die gibt es jetzt hier schon sehr lange seit 1995 da haben also mehr zugeschaut weil das neu war heute 2018 schauen nicht mehr so viele zu weil jeder irgendwie macht jeder macht die kamera an und hat dann sein klientel hat seine fans und so weiter und so fort unser eins macht es beruflich kann es also hobby beruf immer so mischen ja beruf hobby beruf hobby 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 ist immer dasselbe nur jetzt im moment ist es wieder im beruf wird dieses hobby mäßig jetzt hier erstellt ihr könnt die figuren sehen ich denke mir irgendwas schönes dabei aus damit es auf irgendeine art besser aussieht lang was sind 20 minuten wir können stundenlang hier weil mit google und youtube verbunden sind wir sind also händler also wir sind mit google youtube und amazon bis alle heißen auf facebook unter vertrag und arbeiten und wir arbeiten für filmpool und kompassen und so weiter also hier ist eine firma hier ist beruf und dieses fanservice ist auch beruf deswegen sollte sie es nicht gemischt werden das was ihr seht hat nichts mit dem beruf zu tun ihr könnt aber jederzeit live hier zu kommen und wenn ihr live dabei sein wollt seid ihr auch live hier neben mir oder ihr werdet selber zum moderator star wars wie gesagt als admin hat man sowieso so viel zu tun ja jeweils ist halt so und wenn ich ganz ehrlich bin müsste hier jemand ganz anderes sitzen ja ihr wisst schon und dann wird das auch ganz anders funktionieren diese videos sind aber nicht gedacht um damit geld zu verdienen diese videos sind damit gedacht um irgendwelche zeitlichen füller zu jetzt zum beispiel werde ich gleich cut machen und dann werde ich pause machen oder ich mache gleich wieder cut weil einer reinkommt und so weiter und so fort ja und sicher so eine art erklär video heute ihr merkt schon also versuche heute mal zu erklären was das überhaupt ist wir sind ja diese facebook geschichte da die star wars community wo an sich ausgetauscht werden soll und fragen stellen antworten und so weiter und so fort und ich arbeite halt an einem ganz anderen konzept weil ich beruflich leider sehr viel mit kameras zu tun habe und mit kunden und aller couleur ist das so eine sache ja und die kunden die das durch zufall hier sehen die wissen halt bescheid hier ist jetzt kein kunde vor ort hier ist kein kunde im raum und somit geht es in dem moment wo ein kunde erscheint ist alles aus alles ruhig ich denke mir während während die kamera aus ist irgendwie mir noch eine neue story aus und dadurch kann es schon mal sein dass dieses video länger wird wie ich mir vorgestellt habe ja weil ich da jetzt nicht drauf achte weil die uhrzeit seht ihr ja nicht sagen aber ich habe eben 8 Uhr angefangen und durch die kundschaft bin ich jetzt bei halb zwei ja und ihr seht halt einen durchgehenden clip einen durchgehenden film und kommt vielleicht damit nicht klar ihr müsst euch erstmal daran gewöhnen ja wie auch star wars fans sich daran gewöhnen müssen und dann sollten die noch nie star wars gesehen haben mit was fange ich an mit 1 mit 4 ja also es also in der ganzen community besonders unter den verrückten ja das sind ja über 25.000 äh da geht es ganz anders zur sache wie jetzt bei uns gemütlich hier tausend ja sind gemütliche tausend wir unterhalten uns gemütlich und die anderen tausend die ihr nicht seht die hier tagtäglich erscheinen ähm da geht es auch ganz gemütlich zu und wie gesagt heute wurde sehr viel wieder über star wars gesprochen äh momentan durch han solo der da jetzt kommt äh als film ist wieder so ein bisschen und jetzt e8 sowieso äh da fragen die äh soll ich mir jetzt e8 anschauen natürlich kann man sich e8 anschauen aber wisst ihr denn worum es geht also ihr seht da einen film ihr seht äh darsteller aber wisst ihr warum worum es geht denn die darsteller verkörpern ja eine geschichte haben die darsteller haben an sich mit star wars gar nichts zu tun weil wenn wir ehrlich sind ridley äh die kannte äh daisy die kannte das überhaupt nicht gibt sie auch zu sie wusste gar nicht was star wars ist ja äh und ähm das ist eben so einige schauspieler die jungen sind die jetzt so um die 20 24 sind und jetzt schauspieler bei star wars kennen star wars überhaupt nicht das äh gibt es nämlich auch so ich kann jetzt auch einen job bekommen es kann sein dass ich jetzt einen filmauftrag bekomme da muss ich mich auch einlesen aber nach so vielen jahren kenne ich schon das genre aufwärts ich war schon überall äh irgendwo involviert und deswegen ist das für mich nicht neu irgendwie gut wenn jetzt perioden äh aus dem jahr 56 60er jahre da äh was neues würde ich aber trotzdem wissen nur im heutigen status ja auch star trek seit 66 aufwärts also in alle himmelsregeln marvel dc äh kann man überall reinspringen ob das die flash serie ist die wespe die jetzt neu kommt und so weiter so ähm oder spiderman hulk batman äh iron man die adventures man kann trotzdem reinspringen man kommt da irgendwie klar äh arrow ja ist es passt schon so legends ja die legenden äh irgendwie passt das schon irgendwo landen die dann schon auch die zeitspringer und so weiter und so fort bei dc schrägstrich bei marcus so und bei star wars wie gesagt ist das an sich so eine art solo geschichte hallo bei diesen live stop motion filme ja also live und da muss ich unterbrechen weil kunran gerade ein geschenk bekommen als dankeschön cookies ich finde es toll ja während den dreharbeiten bekommt man auch was geschenkt während den dreharbeiten unterhält man sich und während den dreharbeiten entsteht die story die story entsteht durch diese dreharbeiten das ist jetzt die art und weise von diesem was ich hier mache um das mal kurz zu erklären dass ich nachher am schnittplatz ähm bisschen verändere im live modus sieht eh alles anders aus jetzt wenn ihr das video seht ist es anders konzeptioniert wie es an sich erdacht worden ist und das finde ich so toll daran äh diese ich nenne sie jetzt live step motion das heißt also nicht step motion ihr wisst schon die zeitbuchung geschichte sondern äh step by step also die abhandlung ich manchmal sind es drei minuten manchmal sind zehn minuten manchmal sind es nur ein paar sekunden ihr merkt ja durch den schnitt in dem ich aufstehe und was neues habe äh ist da was neues entstand monolog dialog prolog ich hab leider diesen monolog jetzt hier ähm ist halt so und ähm wollte nur eben danke sagen wie gesagt ältere herr hat mir als dankeschön das hier gegeben hat auch gerade gefragt ja die welt des computers ähm der mann ist über 80 ähm und seine frau ist bettlägerig und für seine frau kommt er für seine frau machen oder beziehungsweise ich mache dann die sachen für ihn fertig und als dankeschön bekomme ich hin und wieder mal einen keks so schön ne ich will nicht weiter auf euren keks gehen deswegen schneide ich ihn hab kekse geschenkt bekommen was ist das beste daran man holt sich so eine tasse eine star wars tasse ja und trinkt sich gleich einen leckeren kaffee dabei kaffee mit star wars und ein keks ok waren jetzt keine star wars keks ist auch egal äh star wars kekse werden jetzt etwas teurer wie die kekse die ich gerade geschenkt bekomme die geste des geschenks also das geschenk an sich äh macht ja viel mehr freude wie jetzt ne und dann wie gesagt machen wir jetzt ein lecker kässchen kaffee ne für die eingefleischt ach wisst ihr bei so step motion das heißt also mit kunden arbeiten mit kunden über star wars sprechen am stammtisch zum beispiel dann eine kleine abhandlung darüber ist alles ehrlich wirklich ist alles ehrlich ist wirklich gerade gekommen ich denke mir da nichts aus deswegen ist ja momentan unterbrochen deswegen kann ich also kein fluss also kein filmfluss machen sondern muss zwischendurch aufhören muss die story neu beginnen muss den monolog neu ergreifen und äh jetzt habe ich mir die geschichte auf die kekse gereimt ist klar weil die tasten verkaufen wir ja auch für 4,50 jetzt habe ich die selbst im gebrauch meine lieblings tasse die richtig fett musik macht hat leider aufgehört musik zu machen war auch verdammt laut immer die kunden haben sich immer erschrocken wenn ich mir da so äh ne irgendwelchen kaffee da ging dann hier zur sache auf einer hat dann wiederum gut ich habe also die richtigen batterien dafür nicht gefunden ihr kennt ja die tassen was soll man euch noch erklären ihr könnt alles kaufen es gibt alles so eine zahnpasta tube an ich habe für die kunden hier schon zahnpasta alles mögliche einige sachen gibt es gar nicht mehr also die gibt es gar nicht mehr die werden gar nicht mehr hergestellt möchte ich nicht wissen wie teuer jetzt so ein kulturbeutel von star wars wert hat weil es den gibt es nicht mehr und die wollten nachbestellen sag ich tut mir leid weiß nicht ich kriege den kulturbeutel also diesen kulturbeutel den ich für meine kundin gestellt hatte bekomme ich nicht nach schade eigentlich der fanservice macht viel spaß mit fans über die also wie gesagt immer wegen dc marvel vor allem ist da außen hallo verloren geht hier auch nichts ich musste gerade einen datenstick weil viele kunden lassen ihre datensticks hier im copy raum da hier ist ja der medien da hinten ist der copy und dann musste ich gerade den ind suchen waren schon ein paar wochen her aber die junge dame wusste dass sie den hier hat liegen lassen ja viele lassen ihre datensticks oder flash einheiten oder sonstige sagen sogar handys haben die hier liegen lassen keine ahnung manchmal kommen sie sofort zurück manchmal dauert es halt etwas länger aber gott sei dank es wird hier alles aufbewahrt hier kommt nichts weg datenschutz ist alles computer und kamera gesteuert wir achten auf alles und ja es gibt so viel ich könnte so viel machen könnte mangas machen cosplay ja cosplay ist ja auch weg die die figur habt ihr gesehen die steht jetzt bei irgendjemand 1 zu 1 ja was soll ich jetzt hier wisst ihr was ich mache wieder einen cut trink mir einen kiffken esst mir die kekse und dann war es ob ich nochmal vor die kamera springe keine ahnung kommt drauf an ja wenn einer reinkommt sich über starbus sich unterhält und ich dann mir denke johu dann ist was tolles darüber berichte ich also ich mache keine das ist live es ist live aber es wird trotzdem geschaltet und nachher ist das eine aufzeichnung weil live senden mit kunden und das machen wir nicht sind zwar hier überall kameras aber werden nicht wir haben ja mal eine live schaltung gemacht da konnte der live reinspringen konnte dann sehen aber da waren gott sei lang überwiegend nur schauspieler da denen war das egal aber bei den normalkunden cut 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 normalkunden kommen nicht vor die laufende kamera ok ich trinke mir jetzt ein star wars ketken und esse mir die star wars äh 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 kekse genau so das mache ich jetzt eine sehr interessante frage gerade durch den kunden wer hat eigentlich die filmrechte von old republik erst mal habe ich gestutzt sag ich old republik filmrechte da muss ich mich auch schlau machen gehört das jetzt auch zu disney also disney hat ja alles gekauft aber hat er auch old republik gekauft äh weil das ein pc spiel ist ähm star wars knights of the old republik ist an sich äh weiß ich gar nicht gehört das immer zu disney oder gehört das immer noch weiß ich gar nicht vielleicht wisst ihr das mehr na hallo es gibt ja auch figuren von star wars knights old republik old republik äh ja wenn ihr mehr wisst ruhig unten drunter schreiben und bescheid sagen wem gehört old republik wer hat die oder wer kauft die filmrechte für old republik ich meine die hollywood regisseure reden viel machen trotzdem immer dasselbe hauptsache ist da was drauf ich will hoffen möchte wirklich hoffen dass nicht einfach irgendwas gedreht wird nach e9 ja irgendwie da irgendwas hauptsache ist da was drauf also das wäre natürlich blöd ich meine nach 2019 kann es passieren weil dann ist das resort offen ja anahein und natürlich hotel etc also das ist eine menge offen eine menge kommt und dann kommt das riesen also der riesengroße bonbon also der knaller überhaupt e9 e9 wird der knaller sein dann wird die sache vom tisch sein und dann kommt halt baba fett obi van kenobi ihr merkt schon schon ein bisschen ruhig da weil game of thrones die regisseure wollen johnson der dreht jetzt schon ab juni die bereiten alles vor so star wars ist in der mache also ich würde gern mäuschen spielen bei star wars ich würde gern darum hoppeln da und mir das ansehen wie die da alle so arbeiten ja auch in der sendung ja aber das ist zu ende vierte staffel da warte ich wirklich drauf wann ich hier nicht kaufen kann und mir die in ruhe anzusehen ja ist so ich meine das geht sonst ins geld also ich möchte sie schon in der hand haben ich möchte eine dvd in der blu ray in der hand haben und nicht 299 399 streamen dann jede folge ja also da geht horrendes geld und er sozusagen ins netz aber am ende habe ich nichts weil wenn der netz abbricht haben wir schon mal gehabt wir haben einige software sachen dann online bekommen ja bricht der pc zusammen ist die ware weg also man muss alles wieder neu besorgen also so lustig finde ich das dann nicht muss ich einfach mal so sagen so also wie gesagt star wars 9 zur old republik wird das jemals verfilmt werden hat jemand schon die filmrechte wird hollywood selber sagen komm lass uns da mal einsteigen keine ahnung das war eine tolle frage deswegen habe ich gesagt gut ich frage jetzt mal hier so die allgemeinheit die community badia zu sagt was sagt die community zur old republik ja das andere wissen wir alles viele mit denen ich hier in der community die spreche oder gesprochen habe sind natürlich jetzt am verkaufen wie die weltmeister ja ist klar die wollen halt ihre figuren weg haben aus welchem grund auch immer und ich nicht also ok hier dürfte sie natürlich kaufen ich habe es ja vorgestellt das sind ja auch alle da aber sie müssen nicht unbedingt verkauft werden können ruhig eine zeit lang hier stehen habe ich nichts gegen und ja ist da bescheid also kann ruhig hier mal eine zeit lang stehen habe ich nichts gegen die großen von von seitshow die werden sowieso nicht gekauft werden weil die viel zu teuer sind ja aber irgendwann stelle ich sie mal aus irgendwann pack ich sie mal aus und dann kommen die unter glas und stelle ich die hier so hin wenn dann wenn dann wollen die leute das haben für wenig geld noch weniger geld obwohl die vitrine kostet die figur kostet und dann für ein apple und ein ei wird nicht klappen wird nicht klappen nee werde ich nicht machen nö werde ich nicht machen ich lasse sie so wie sie sind ok das ist step motion hier die show die zwischendurch unterbrochen wird für alle die nicht wissen wie das funktioniert diese show die ist live die wird live produziert während der dreharbeiten von anderen sachen oder von auftragsarbeiten von anderen sachen es kann sein dass ich nächste woche einen tollen film machen werde weil ich gerade angerufen wurde ich muss über 4000 kopien machen dann könnt ihr euch vorstellen das dauert und da kann man so ein bisschen während die maschinen dann da so laufen ist nämlich dann so art nachtschicht kann man dann sowas hier auf den weg bringen also arbeiten vielleicht mache ich auch nur instagram so ein 60 sekunden clip war auch so eine tolle geschichte als instagram als spielfilm aber naja so ist das nun mal ok dann bis demnächst in diesem theater ob ich gleich noch weitermachen weiß ich nicht werdet ihr merken bei step motion hier oder cut motion sagen wir mal so cut motion würde ich sagen ich denke mir mal hier aus guckt oder guckt nicht ist mir doch egal